Sehr früh morgen und meinen allergrößten Respekt, dass ihr, ich bleibe jetzt einmal beim Du, so früh hier erschienen seid, zum Eröffnungspanel hier der Berlin Music Week. Mein Name ist Nina Sonnenberg und ich darf durch das Panel leiten, sozusagen moderativ mit ganz tollen Gästen. Und der Björn, der sich gerade unter meinem breiten Kreuz versteckt, nimm dir doch einfach auch mal hier so ein Mikrofon, der wird euch mal ein bisschen erzählen, worum es hier bei diesem Eröffnungspanel geht. Das werde ich nicht, dann wäre der ganze Spaß schon vorbei. Nein, ich begrüße auch nur ganz herzlich, guten Morgen, herzlich willkommen zur Berlin Music Week, zur fünften Berlin Music Week 2014. Wir freuen uns sehr, dass ihr, dass sie alle da seid, so früh tatsächlich mit einer Konferenz zu starten, ist eigentlich ziemlich mutig, aber das macht ja die Berlin Music Week auch so ein bisschen aus, nicht alles so zu machen, wie es gerade komod wäre, sondern auch ein paar Herausforderungen zu stellen, weil denen stehen wir auch gegenüber diesen Herausforderungen. Alle, die wir irgendwie mit der Musik- und Kreativwirtschaft zu tun haben, müssen ja irgendwie zusehen, dass die Brötchen ins Haus kommen und das wird immer schwieriger, das zu verdienen. Und darum kümmert sich unter anderem diese World-Konferenz heute und morgen. Wir freuen uns sehr, wir haben dreieinhalbtausend Delegierte, das sind tausend mehr als im letzten Jahr. Das heißt, irgendwas haben wir letztes Jahr schon ganz gut gemacht, glaube ich, mit dieser Berlin Music Week. Und ich glaube, dieses Jahr wird es noch wesentlich spannender und wir freuen uns sehr auf ein spannendes Panel und auf die Gäste, die du vorstellen wirst, oder? Ja, die darf ich vorstellen, wenn du ja nicht verraten willst, worum es geht und es mir überlässt, ist ja auch sehr schön. Wir haben noch so Einstimmungsprobleme, wir zwei, aber das kriegen wir ganz gut hin. Setz dich doch bitte einmal erst hin, ne? Haben wir dann genug Stühle? Ich glaube, wir brauchen noch einen Stuhl, ne? Naja, also ich bitte jetzt auf die Bühne zu uns, bitte Tina Funk, wie es schon so steht, hier General Managerin bei Vivo. Vivo und einen Applaus brauchen wir. Das ist sehr wichtig, so kommen wir überhaupt erst in Stimmung und denken, dass es hier um etwas geht. Dann Dieter Mayer, gerade eben angereist aus dem schönen Zürich und lieber Dieter, über dich sage ich gar nichts, weil der dich nicht kennt, der hat irgendwas falsch gemacht. Setz dich doch bitte auch hin. Und zu guter Letzt Dr. Ulrich Schmitz, Uli vom Axel Springer Verlag, komm mal rein. Ne, es sind sogar genug Stühle, alles richtig, ne? Ich setze mich mal hier rum, ich mache so eine Stuhlkreis, ne, ich habe falsch gezählt. Ah, blöd. Hm, okay. So. Tina, fangen wir mit dir an, ne? Steht hier auch auf dem Zettel. Ist ja schön, dass ihr jetzt da seid, alle hier. Alle bringen eine andere Perspektive mit für dieses Eröffnungspanel, einmal aus der Musikwirtschaft, einmal von der Künstlerseite und einmal von der technologischen Seite, möchte ich fast meinen. Vielleicht fangen wir wirklich gleich an, mit dir aus der Musikwirtschaft zu sprechen. Da passiert ja gerade wahnsinnig viel und deswegen sind ja diese Panels hier auch ganz toll, dass ganz viele Leute aufeinandertreffen, die sich auch mal austauschen können. Und du bist General Managerin bei Vivo seit letztem Jahr und erlebst da ganz viel. Wie würdest du denn jetzt im Moment sagen, wie spürst du denn die Musikindustrie? Man will ja nicht immer gleich über Zukunft reden, aber wie siehst du das im Moment, die aktuelle Lage? Also ich habe viele Zeiten des Umbruchs miterlebt in der Musikbranche und finde das immer wahnsinnig spannend und auch halte es für eine große Chance. Und finde es, ja manchmal ist zu beobachten, dass viele in so eine Schockstarre verfallen, eigentlich genau zu einer Zeit, in der man sehr viel ändern und neu definieren kann. Und was kann das dann bedeuten? Wie kann das weitergehen? Ich meine, die Verhältnisse ändern sich ja, wie du sagst, fast wöchentlich. Es ist zum einen natürlich sehr anstrengend für alle Protagonisten, auf der anderen Seite, wie gesagt, kann man sich eben auch neu definieren. Ich glaube, dass es sehr viele neue Chancen gibt für Künstler, dass man eben nicht mehr an bestimmte Strukturen gebunden ist. Wie gesagt, auf der anderen Seite muss man die Strukturen neu definieren. Da gibt es ja auch sehr viele Panels und Themen hier dazu in den zwei Tagen, auch dadurch, dass der VUT hier sehr eingebunden ist. Und ja, auch wir mit Vivo beteiligen uns daran, dass eben halt auch jetzt zu den Medienplattformen ein bisschen mehr Verantwortung zukommt für Artist Development und so weiter. Wo eben halt nicht mehr viele Künstler zu großen Labels mit großen Budgets gesignt werden und einfach so diese Formen des Künstlerentdeckens auch ein bisschen woanders stattfinden muss. Welche Rolle meinst du denn, spielen Labels jetzt noch? Was sind denn überhaupt noch die Möglichkeiten von einem klassischen Label? Also ich habe mit sehr vielen Künstlern gearbeitet, die sich komplett unabhängig gemacht haben. Habe aber auch für eine Major Record Company gearbeitet und ich glaube, dass so diese, was ja jetzt manchmal stattfindet, die Verträufelung der Labels, das ist Quatsch. Weil letzten Endes ist es wirklich einfach so, dass ein Künstler muss vor allem die Freiheit haben, komplett kreativ zu sein und nicht so wahnsinnig viel über das Wirtschaftliche nachzudenken. Das können ja nur sehr wenige wie Dieter Mayer. Und es gibt ein paar sehr andere schöne Beispiele von Menschen, die das beides vereinen können, aber es sind eben nicht so wahnsinnig viele. Und dann ist es eben auch so, dass die Erfahrung eines Labels sehr wichtig ist, da drin einen Künstler zu unterstützen. Und wie gesagt, so das komplett unabhängige Arbeiten, wie das ja auch vor allem in Deutschland viele Künstler machen, weil sie das halt in diesem Raum Deutschland, Österreich, Schweiz in deutscher Sprache gut können, wo ja Deutschland auch so ein bisschen Vorreiter ist im internationalen Markt. Also in England passiert das ja jetzt gerade erst, dass eben Künstler sich komplett unabhängig machen, in Amerika auch langsam. Und das ist nicht für alle gemacht, dass man eben über alles entscheiden muss. Und auf einmal geht der eigene Cashflow raus, wenn man hunderttausend tolle Digi-Packs druckt oder so. Also das ist eine komplett andere Verantwortung. Und es gibt Künstler, die können das nehmen, es gibt welche, die können es nicht nehmen. Und auf jeden Fall sind die Labels immer ein großer Unterstützer und auch mit ihrem Know-how und auch mehr als nur eine Bank. Ja, da darf ich auch hinweisen, dass es gerade zu der Rolle der Labels und was da alles passiert, ein Panel geben wird von 12 bis 1, weil sich das jemand merken will, aber es ist ganz wichtig. Das ist das Panel der VOT Indie Days und ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend, weil da kann man dann noch viel mehr darauf eingehen, als wir das jetzt können. Aber eine wichtige Sache ist noch, wie siehst du das denn zum Beispiel mit dem Streaming? Also was denkst du, wie wichtig wird das? Wird das wichtiger und was sind das für Konsequenzen? Ich glaube, wir alle erleben im Alltag, wie wichtig Streaming ist. Gestern bin ich nachts nach Hause gelaufen und an einer sehr lauten Straßenecke standen zwei Jungs und der eine hielt dem anderen das Telefon ans Ohr und hat ihm Musik vorgespielt. Und es ist einfach eine Art des Musikkonsums, die sehr unmittelbar ist und sehr direkt und einfach da. Und ich finde auch, das Streaming hat sicherlich sehr dazu beigetragen, dass auch wieder Musik anders entdeckt wird und eben auch Katalog neu entdeckt wird. Und natürlich ist es sehr, sehr kontrovers diskutiert auf der anderen Seite und da gibt es ja auch heute Nachmittag, glaube ich, ein sehr aufregendes Panel, wo man sich mal angucken kann, wie eben in so einem kleineren Markt wie Norwegen da schon unglaubliche Entwicklungen da sind. Deutschland ist da ja, also ich kriege auch bei Vivo gerne dann so aus Amerika den Anruf, wie seid denn ihr drauf? Bei euch noch 75 Prozent physisch? Was ist denn bei euch los? 73 Prozent sind es aktuell. Ich glaube immer, dass Fans Musik auch gerne immer noch kaufen und besitzen möchten und ihre Bands unterstützen. Ich denke aber auch, dass Streaming eben, wie gesagt, eine wichtige Entdeckungsfunktion erfüllt und halt einfach auch die Art ist, wie eine neue Generation jetzt Musik konsumiert. Jetzt gibt es ja ja heute auch im Konferenzprogramm auch eine Diskussion, auch Streaming, aber in dem Fall geht es um YouTube und zwar um die Zielgruppe der Teenager, über die man ja immer so redet, dass man sie nicht kennen würde, was ich immer ganz interessant finde und die ja laut einem Studentenstudio der Popakademie Mannheim Musik online eben vornehmlich per YouTube konsumieren. So, was sind denn jetzt deine Erfahrungen mit der Zielgruppe Teenager oder was bedeutet das eigentlich? Also du hast ja gesagt, gestern, die waren wahrscheinlich auch jung, die sich gegenseitig das Handy ans Ohr gehängt haben. Glaubst du, das bleibt bei den Teenagern hängen? Also dieses Streaming, glaubst du, das betrifft nur die? Nee, absolut nicht. Also das sehen wir bei uns auch. Also was ich daran liebe, eben für einen VOD-Service wie Vivo zu arbeiten, ist, dass unsere Plattform halt eben von One Direction bis Howard Carpendale und Helene Fischer alles beinhaltet und die Leute zu uns kommen, um eben halt das zu gucken, was sie gerne sehen möchten. Was schon klar ist, ist, dass eben die Teenager online anders agieren. Also wir sehen das, wann immer bei uns eine One Direction Videopremiere ist, dann schnellen die Zahlen unglaublich nach oben. Die verabreden sich dazu. Also wir hatten lange Zeit, hatte bei uns Miley Cyrus den Rekord für, also 19,4 Millionen Videostreams in 24 Stunden und die One Direction Fans haben sich dann wirklich online verabredet, diesen Rekord zu knacken. Und das ist schon sehr spannend, das anzugucken. Und das passiert dann eben über Twitter, ein bisschen noch über Facebook, was aber mittlerweile auch klar erkenntlich schon älter ist, auch ein bisschen über Instagram. Aber wie gesagt, da wird auch wie wild getwittert, was ja sonst in Deutschland noch nicht so komplett angekommen ist. Also da sehen wir schon ganz klar, was da geht und dass aber halt auch immer noch diese Passion für Musik da ist, die Leidenschaft. Halt nicht mehr das Sammeln in dem Fall, sondern eher das Konsumieren, oder? Kann man das so sagen? Wahrscheinlich, ja. Oder gesammelt wird halt in Playlisten, ne? Also man kann ja in Playlisten sammeln. Ja. Ja, Dieter, du als Künstler, lange dabei, sehr, sehr lange dabei, viel Musik gemacht, ein schönes Solo-Album jetzt herausgebracht, Out of Chaos. Wie siehst du das jetzt, wie sich das alles so rasant entwickelt? Ich glaube, es gab immer Phasen, in denen der Transport von Content, in unserem Fall von Musik, zu dem, der das gerne hört, sich geändert hat. Und das wird maßlos überschätzt, glaube ich. Also nicht, man hat, darf nicht vergessen, als die ersten Schellackplatten auf den Markt kamen, hatte man das Gefühl, ja, jetzt ist aus mit Livebands. Jetzt kann man das ja alles zu Hause hören. Und dann wurde das viel verfügbarer mit Vinyl und bessere Qualität. Und damals schon auch wurde natürlich sehr viel, ich sage mal, Raub kopiert, so ein bisschen dramatisch. Man hat in einer Schulklasse hat einer das gekauft und die anderen haben es kopiert, auch mit der CD, die dann einen besseren Bedienungskomfort gebracht hat, allerdings schlechtere Qualität. Qualität, natürlich in einer unglaublich reaktionären Industrie wie der Musikindustrie, ich weiß nicht, 30 Jahre lang die gleiche Technologie, nicht? Muss man sich vorstellen. Das wäre wie wenn auf dem Kamerasektor man sagen würde, ja, 800, weiß ich was, 1000 Pixel reichen für diese Idioten, die sollen halt damit umgehen, nicht? Also unglaublich im Grunde genommen. Und jetzt ist einfach das Transportveikel ein anderes geworden, natürlich über Downloads einerseits, aber über die wahre Zukunft dieses Streaming, ja, das ja eigentlich eine wunderbare Sache ist. Die Qualität wird auch steigen und man hat eigentlich Zugang zur World Music Library. Das habe ich schon lange eigentlich so gesehen. Du hast dein Handy, du stellst das ins Auto auf, zu Hause auf, im Hotel in einen Ständer rein und hast immer die Musik zur Verfügung, die du hören willst. Nur einmal mehr geht natürlich die Industrie total verkehrt damit um, nämlich intransparent, ja. Es ist eine unglaubliche Geschichte, dass der, ich sage immer, der, der den Tisch macht, sozusagen der Tischler, ja, der wird ja endlos betrogen durch Spotify, nicht? Das ist, glaube ich, eine Million Streams sind dann noch, weiß der Teufel was, irgendwie 5 Euro. Das Schlimmste ist die Intransparenz, ja. Man weiß gar nicht, wie viele Leute haben eigentlich die verschiedenen Zugänge sich gekauft oder eben gratis genommen, nehmen dafür die Werbung in Kauf, mit der ja auch wieder verdient wird. Man weiß nur, dass die Industrie mit Spotify zum Beispiel Verträge abgeschlossen hat, unter sogenannten Non-Disclosure Agreements. Ja, es darf eigentlich niemand wissen, wer, wie, wann und in welchem Ausmaß beteiligt ist. Ja, man weiß nicht, wie groß sind die Werbeeinnahmen, wie groß sind die Einnahmen der Leute, die das abonnieren, nicht? An sich eine ganz hervorragende Sache. Man braucht keinen physischen Transport mehr, man braucht keinen Zwischenhandel mehr. Die Plattenfirmen traditionell, ich weiß gar nicht, wieso man die verbiestert jetzt, haben eigentlich die gleiche Funktion. Sie haben A&R-Funktion. Sie haben auch wieder eigentlich ein neues Ertragsmodell damit. Aber es wird so defensiv, was die Kommunikation anbetrifft, damit umgegangen, dass tatsächlich man mit Recht sagen kann, es verdienen alle daran, nur der, der den Tisch macht, der soll das liefern, gratis. Du wirst auch gezwungen, das zu machen. Du musst, wenn du einen Vertrag unterschreibst, also vielleicht ein paar ganz große Bands können sich das leisten, dass sie eben sagen, wir machen das nicht und dann muss aus Prestigegründen, müssen diese Verteilsysteme sehr viel Geld bezahlen, um die dann doch zu haben. Nebenher werden die gekauft. Und dann heißt es immer, ja, im Augenblick ist es natürlich ganz toll, du hast da diese Plattform und man verdient ja Geld mit Live-Auftritten. Das ist auch eine totale Lüge. Ich war ja auf Tournee jetzt gerade mit Out of Chaos und wir haben eigentlich sehr guten Erfolg gehabt. Wir haben durchaus 500, 600 Mannsäle gefüllt, nur im Grunde genommen ist eine solche Tour, und das ist jetzt nicht die Tour vor 100 oder 200 Leuten, eigentlich defizitär. Aber ich komme zurück, was ich nicht verstehe, auf meinen Ausgangspunkt, an sich ein wunderbares System. Die Plattenfirmen haben ihre Bedeutung eigentlich wieder können, auch Geld verdienen, aber da wird solche Schindluderei getrieben mit diesem System, das eigentlich alle Künstler finden, das ist unvorstellbar, das ist eigentlich Mittelalter, das ist wie, als die Beatles ihre Verträge unterschrieben haben und natürlich tierisch über den Tisch gezogen wurde, geht jetzt dieses System mit der neuen Verbreitung von Content genau gleich weiter. Jetzt ist es ja die Distribution, aber wie würdest du denn sagen, ist es mit den Produktionsbedingungen für Künstler? Ich denke, da hat sich ja die Produktionsbedingungen der Künstler, die haben sich ja auch ordentlich weiterentwickelt. Ich denke, das ist eher eine positive Nachricht. Das ist natürlich die ganz positive Nachricht, klar. Ich meine, früher hatten die Firmen insofern eine viel größere Macht, als ja schon die Produktion einer vernünftig klingenden Vinylplatte oder dann CD, war ja relativ teuer. Und da wurde schon einmal filtriert, wer überhaupt dazu kommt, in einem vernünftigen Studio seine Musik zum Klingen zu bringen. Also die Hoheit hatten natürlich die Firmen, die dann sehr genau sich überlegt haben, für wen geben sie dieses Geld aus. Und da wurde ganz viel Kreatives natürlich schon abgewürgt, dadurch, dass man vor 30, 40 Jahren als neuer Künstler mit einer Individualität gar nicht wirklich in diese Studios reinkam und damit der Content, den man produziert hat, eigentlich schon gar nicht wirklich handlungsfähig war. Und das hat sich geändert mit der Technologie. Heute kann ja eigentlich jeder, ich sehe das bei meinem Sohn, der ist 17 und der hat da bei uns im Keller, ich weiß nicht, für ein paar tausend Euro im Verlauf der letzten zwei, drei Jahre sich ein Studio eingerichtet, in dem er eigentlich technisch perfekt produzieren kann. Aber diese Demokratisierung des Produzierens, die eingetreten ist dank der Technologie, stößt jetzt an die Wand des Darbens eigentlich aller Künstler, seien sie junge Künstler oder ältere Künstler oder ganz alte Künstler wie ich, wobei ich rede darüber nicht als Betroffener, weil wir haben ja, weiß ich, 15 Millionen CDs verkauft und wir können dem heute gelassen irgendwie zuschauen. Aber für alle anderen ist das ein unglaubliches Problem, dass die Verbreitung nicht richtig geregelt ist. Und die große Lüge ist ja die Demokratisierung der Vertriebskanäle. Das ist so ein gigantischer Laden, das ist ein babylonischer Turm mit jeden Tag, ich weiß nicht wie viele Millionen neuen Geschichten und das ist so ungefähr, wie wenn du früher bei Saturn deine Platte drin hattest, hinten im Gestell unter dem Titel Deutschland Pop. Ja, natürlich haben dich ein paar Dutzend Leute dort gefunden, aber heute ist es eigentlich genau gleich. Und die Aufgabe der Firmen wäre ja eigentlich, wirklich mit den Artisten so zu arbeiten, wie es sich gehört. Und ich finde es ganz wichtig, so wie ein Künstler einen Galeristen braucht oder ein Filmemacher einen Produzenten, braucht der Musiker die Unterstützung von Leuten, die die Medien, die Verbreitung, die eine andere geworden ist, auch die Medien sind andere geworden, professionell bespielen, ganz klar. Die Illusion, dass das jetzt jeder selber machen kann in diesem Milliardengewussel, das ist, wie soll ich sagen, der Strohhalm, an dem sich da alle noch halten, aber die Realität ist, Musik kann eigentlich heute auch von ziemlich erfolgreichen jungen Leuten nur noch unter schwerster Selbstausbeutung betrieben werden. Dankeschön. Vielleicht machen wir mit dir weiter, Uli, und gehen ein bisschen zur Technologie-Geschichte. Axel Springer hat ja im Puncto Digitalisierung anscheinend wohl alles richtig gemacht im Moment, zumindest wenn man sich alles durchliest, was man sich dazu durchlesen kann. Und ganz besonders interessant finde ich diese Brutkastengeschichten, diese Inkubatoren, die ihr installiert. Und hier gibt es ja bei der Berlin Music Week auch einen Brutkasten, einen Inkubator im Sinne von Music Hack Day. Und vielleicht möchtest du dazu ein bisschen was erzählen, bitte. Das mache ich gerne. Vielleicht hier noch einmal meine Vorredner ansprechend. Du hast vorhin gesagt, die Musikbranche hat wie viele Jahre mit demselben Medium gearbeitet. Die Zeitungsbranche hat, glaube ich, 150 Jahre auf demselben Medium gearbeitet. Und daher weise ich auf, wie schwer das ist, so eine Ablösung hinzubekommen. Darf ich da gleich was bewidern? Eine Zeitung ist eigentlich immer eine Zeitung, ein wunderbares Medium. Man kann das lesen, ob das jetzt verbesserungsfähig wäre und auf irgendwelchen Tablets gelesen wird. Das sind ja eigentlich dann nur Unterschiede der, wie soll ich sagen, der Aufnahme der Buchstaben. Aber technologisch hat sich ja so viel geändert in diesen 30 Jahren. Und ich bin da auch ein kleiner Leidtragender sozusagen, weil ich habe ein Mischpunkt entwickelt, das digital vier-, fünffache Auflösung gebracht hätte, eine ganz andere Dynamik da rein. Und die Industrie hat gesagt, why bother? Diese Idioten sollen kaufen, was wir ihnen geben. Warum sollen wir die Qualität der CD, die längst eine ganz andere Auflösung hätte haben können, verbessern? Der berechtigte Niedergang der Industrie hängt auch damit zusammen, dass die CD ja im Grunde genommen mittelmäßig bis miserables Kompressionsverfahren ist, das sich dann qualitativ gar nicht mehr unterschieden hat von den Downloads oder den Streams. Wieso soll ich dann überhaupt diese CD noch kaufen? Jetzt hat sich das ja ein bisschen geändert und polarisiert zwischen der Verbreitung mit neuen Mitteln und eben auch wieder einem Up and Coming auf kleinem Level Vinyl. Aber dass du 30 Jahre lang nichts änderst, obwohl du es ändern kannst, eine Zeitung, die war immer eine Zeitung, wird eine bleiben, man konnte es ja nicht ändern. So, aber ich glaube, du wolltest was anderes sagen eigentlich. Jetzt kommt das, was du sagen wolltest. Jetzt kann man und jetzt muss man, weil sie einfach keiner mehr liest oder nur noch sehr wenige. Ich wollte eigentlich nur die Brücke schlagen zwischen den zwei Branchen. Ich bitte dich. Ich glaube, da sitzen wir in einem ganz ähnlichen Boot und es gibt ganz viele Gemeinsamkeiten und beide Branchen haben auch ein paar Fehler gemacht, vielleicht die klassische Medienbranche, sogar noch einen größeren, indem sie sehr bewusst ihre ganzen Inhalte verschenkt hat. Das hat die Musikbranche zumindest immer versucht, nicht zu tun. Und was haben wir gemacht? Wir haben uns dem Wandel, der nicht widersetzt, sondern wir haben mitgemacht. Wir haben sehr, sehr viele neue Geschäftsmodelle entwickelt, entwickelt, also aus unseren eigenen Marken heraus. Wir haben aber noch mehr zugekauft. Unternehmen, die früher vielleicht ganz klassisch mit der Zeitung verbunden waren, sowas wie Classifieds, also Marktplätze für Immobilien, für Jobs und so weiter, früher über das Papier in einem Medium miteinander verbunden, heute elektronisch, findet praktisch gar nicht mehr auf Papier statt. Solche Unternehmen haben wir zugekauft und haben uns dadurch sehr, sehr weit digitalisiert. Deine Frage war jetzt aber, wie arbeiten wir jetzt mit jüngeren Unternehmen zusammen? Und das ist so ein Punkt, gerade aus einem großen Unternehmen heraus kann einem das unheimlich erscheinen, was um einen herum passiert. Und viele machen einfach die Augen zu und sagen, okay, wenn irgendwas groß genug ist, dann kaufen wir das. Das ist aber die komplett falsche Einstellung und wir versuchen einfach mit den Unternehmen, mit den Leuten zusammenzuarbeiten, früh zusammenzuarbeiten. Auch beide Seiten können davon lernen. Man kann Spaß dabei haben. Und der Hackathon, den du meinst, Genau, vielleicht mag ich es ein bisschen mehr beschreiben, weil das ist ja alles sehr metaeblich. Der hat das einfach. Also hier geht es darum, dass einfach, ich schätze mal, 150 Leute, die für Musik brennen, die coden können, die Musik machen, die löten können, zusammenkommen und in 24 Stunden einfach neue Produkte entwickeln oder Ideen entwickeln. Aber eben nicht eine Idee, die dann auf dem PowerPoint gezeigt wird, sondern etwas, was läuft, was blinkt, was bei Musik hoffentlich tönt. Und das machen wir jetzt morgen und übermorgen, 24 Stunden lang. Morgen früh beginnt das mit dem Ideenfinden. Da werden, ich schätze mal, eben diese 150 Leute sein. Vielleicht werden es auch mehr. Angemeldet haben sich noch mehr. zusammenstehen, Ideen entwickeln, sich in Teams aufteilen und dann tatsächlich die ganze Nacht durcharbeiten. Und am Samstag wird einiges da stehen. Und wir sind einer der vielen Partner dort, die hier ihre Schnittstellen aufmachen. Das heißt, man kann auf unsere Archive zugreifen, also von Rolling Stone beispielsweise, Musik Express, aber auch ein Soundcloud macht auf. Es sind Unternehmen dabei, die machen Wearables, also Jacken, die leuchten. Also das wird schon ganz spannend. Aber weil du gerade sagst, Rolling Stone, ihr habt ja auch Musik Express, Metal Hammer, so einige der wichtigsten Musiktitel in Deutschland. Wie ist denn dann da der Umgang mit dieser digitalen, naja, Realität, nennen wir es so? Das sind ja noch Printmedien. Also da sind wir, ja sicher sind sie auch noch Printmedien, aber da komme ich zurück zu dir. Der Distributionsweg hat sich verändert. Also einmal das, also man kann sich jetzt über viel mehr Medienkanäle anschauen, natürlich auch weiter in Print und gerade bei den Magazinen hat das schon noch was, wenn man was in der Hand hat. Aber es gibt die Online-Kanäle, man kann auf mobil zugreifen, das wird aktueller und was ich jetzt eigentlich am allerbesten finde in der Veränderung und da kommen wir zu dem Thema Streaming. Ich kann etwas lesen über ein neues Album und ich finde da das Wort, das geschriebene Wort immer noch unglaublich stark. Ich kann etwas lesen und ich kann sofort hören. Ich muss nicht losrennen und dann beim Saturn in der letzten Ecke gucken und dann, ich kam mir da immer blöd vor, wenn ich da an dem Infoschalter dann gefragt habe und also gerade, wenn man jetzt kein echter Musiknerd war, wurde man immer so ein bisschen schräg angeguckt und dann konnte man früher, musste man sich nochmal anstellen und warten, bis man reinhören konnte. CDs anhören, noch mit. Und das kann ich jetzt sofort machen. Deshalb finde ich, das ist eine Riesenchance, die wir, glaube ich, alle miteinander noch nicht genügend nutzen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Wort, Musik, Bild und was auch immer und Konzerttickets gleich miteinander zu verbinden. Mir macht das mehr Spaß. Ich höre viel mehr Musik, als ich das früher mache. Tina, möchtest du was? Ich denke auch, es geht eben nicht um diese Diskussion alt und neue Konsum, also Wege des Musikkonsumierens, sondern eben einfach das alles zu verknüpfen und da legen wir auch sehr viel Wert drauf, sprechen eben auch genau dann so mit Metal Hammer, Rolling Stone macht man eben gemeinsam eben mit Video-Streaming-Dienst eine Metal-Sendung gemeinsam mit dem Metal Hammer und das sind so die Dinge, von denen wir glauben, dass das halt für die Fans einfach wichtig geworden ist. Natürlich muss man unglaublich viele Kanäle bespielen, das ist als Medienunternehmen echt anstrengend und alle paar Wochen kommen wieder neue, wo man dann nicht so genau weiß, sollen wir uns da jetzt schon engagieren oder lieber ein bisschen später und was machen wir da genau und haben wir die richtige Sprache dafür. Aber wie gesagt, ich finde es auch wahnsinnig aufregend, dass man halt ständig was Neues lernen muss, sich anpassen und ich glaube, womit wir uns alle abfinden müssen und meine das sehr positiv ist, dass es keinen Moment der Ruhe mehr geben wird, den es vielleicht mal gegeben hat. Aber wo würdest du denn jetzt sagen, ganz kurz noch bitte Tina, vielleicht auch zu dem, was Dieter gerade gesagt hat, es passiert ganz viel, es gibt neue Technologien und ich kann das sehr gut nachvollziehen, diese Bereicherung, dass man eben alles gleich auf den Schlag kann, aber wo siehst du denn dann jetzt mittlerweile die Instanz, die die Künstler auch schützt, weiterhin produzieren zu können unter diesen wahnsinnig rasanten Bedingungen? Naja, das mit dem Schützen ist ja sehr relativ. Davon hatten wir es ja vorher mit den Produktionsbedingungen. Also ich glaube, dass ja an sich die Demokratisierung der Produktionsbedingungen schon was sehr Tolles ist. Schützen weiß ich auch nicht. Also ich habe gearbeitet mit jemandem wie Crow, der natürlich dadurch, dass er eben einfach Mixtapes im Internet verbreitet hat, sich erstmal einen Namen gemacht hat. da hat er echt keinen Schutz gebraucht. Also mir geht es mehr um Hilfestellung als um Schutz, glaube ich. Also es geht darum, dass wir nicht vergessen, dass junge Künstler eben unterstützt werden müssen, dass es da auch Gelder braucht. Das ist auch nicht nur eine Aufgabe von der Musikindustrie oder den klassischen Labels etc. Andere Länder machen uns da ja auch vor, dass da noch viel größere staatliche Mittel fließen. Und ich denke, darum geht es einfach auch. Da ein Thema, also weil du mit mir ja Technologie verbunden hast, um da einfach zu zu sagen. Also ich finde, also wir haben jetzt die Demokratisierung, wie auch immer, der Vertriebskanäle. jetzt ist es der Punkt, der aber auch nie anders war. Wie wird man gefunden? Und da gibt es auch wieder ein paar Ansätze, tatsächlich auch wieder über Technologien gefunden zu werden. Und sei es nur, du hast das gehört, höre dir mal das an. Und ich meine jetzt nicht so platt, da jetzt den Bestseller dann mit zu empfehlen. Das kann man auch subtiler machen. Und auch wieder eine Chance, jetzt auch in Musikrichtungen hinein zu rutschen, die man vielleicht sonst überhaupt nicht wahrgenommen hätte. Also ich glaube, es gibt viel mehr Möglichkeiten, heute Musik zu entdecken und sie dann gleichzeitig auch zu konsumieren. Dass wir dieses ganze Ökosystem noch weiter gestalten müssen, also ich glaube, das ist vollkommen klar. Also dieser Wandel, der ist so extrem und auch so schnell und so radikal, dass jetzt hier noch nicht alles sauber funktioniert, das wundert mich nicht. Aber insgesamt finde ich es nicht schlecht. Ja, also ich bin absolut einverstanden mit dem, was hier gesagt wird, dass wir durch die Technologie eigentlich in einer wunderbaren Zeit auch für die Künstler leben könnten. Ja, es ist eigentlich eine wunderbare Sache, alles was da erfunden worden ist. Wo ich nicht einverstanden bin, ist, dass das alles so neu ist und deshalb das noch nicht richtig geregelt werden kann und so weiter und so fort. Es wäre unglaublich einfach, weil Spotify, also diese Streaming Services, sind ganz klar die eine Zukunft, die andere wird sein, dass, ich sage jetzt mal, Audiophile hohe Qualität wollen und dann ihre wunderbaren Dinge kaufen, auch Sammler sind und ihren Artist worshipen wollen, weil sie den lieben und von dem noch was kaufen, das wird die Polarisierung sein. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, ja, wieso das ganze Finanzsystem hinter diesen wunderbaren Neuerungen nicht einerseits transparent gemacht wird, könnte transparenter sein, sogar als früher der CD verkauft, da wurde man ja als Künstler auch immer beschissen, muss man ganz klar sehen, da wurden immer unter dem Titel Promotion, also in Deutschland nicht so sehr wie in Amerika, wurden da, weiß ich was, Hunderttausende von irgendwie verkauft und nicht abgerechnet. Das Prozedere, dass man einen Audit machen musste mit der Plattenfirma, das war eigentlich völlig normal und es kam immer raus, dass praktisch jede Band wurde betrogen, nicht, aber es war ein normaler Vorgang. Die Industrie versucht, den Künstler zu betrügen, dann macht er einen Audit und findet das und das und das, aber der Audit kostet sehr viel Geld, das können schon nur gewisse Leute machen und dann ist das ein normales Spiel, man findet, ja natürlich wurde man betrogen, okay Freunde, ihr habt hier noch das und das, zu gut, aber mit gerade Spotify, was haben die denn für Einnahmen? Einerseits durch die Abonnenten, die keine Werbung wollen, andererseits durch die Werbung. Es gibt einen Topf, da fließt das Geld rein, sicher muss Spotify für die Services, die ja notabene heute, diese Algorithmen, das ist ja das kleine Einmaleins, was die da anbieten, die müssen aber irgendwie bezahlt sein, klar, die Plattenfirmen, ganz klar, klassisch, müssen bezahlt sein, weil sie sind die Leute, die eigentlich ANR machen, die den Künstlern helfen, die den Künstlern betreuen und so weiter, das soll aber transparent sein und wäre ganz einfach abzurechnen, nicht, dass man dann sagt, okay, das ist Spotify, das ist die Plattenfirma, so und so viel war im Topf, das ist der Künstler, der der Interpret ist und wenn er nicht der Urheber ist, ist das der Urheber. Könnte man ganz klar schon heute auf den Tisch legen und sagen, okay, dieser Pott, der ist so und so geöffnet, jedes Jahr, wissen die Jungs ja, und dann könnte man sagen, ja, leider ist es halt so, dass wenn einer 100.000 Streams macht, dass er auch dann mehr bekommt, so wie früher, wenn er mehr CDs verkauft hat, als der, der nur 10.000 Streams hat, aber der Witz ist, man bekommt überhaupt nichts, ja, es ist lächerlich, 5.000.000 Streams, kannst du kaum deine Wasserrechnung bezahlen damit und das ist einfach eine so unglaubliche Sauerei und könnte ja geändert werden. Sie könnten ja, man muss sich vorstellen, die hätten bei der CD das gleiche gemacht, bei der CD wusste man ganz genau Herstellungskosten, GEMA-Gebühren und so weiter, das war transparent und der Künstler hat, ich weiß nicht, je nachdem, wie er verhandelt hat, seine Prozente gehabt und seine Urheberrechte gehabt, nicht, heute hat er eigentlich de facto nichts mehr und es wird auch so bleiben und es wird vor allem so sein, nicht, das war in Hollywood der 30er, 40er Jahre, haben diese Mogulen, die haben ja alles besessen, die haben die Stars besessen, die haben die Verbreitung, die Verleiher besessen, die Produktion besessen und dann hat sich eben gebildet, was damals hieß, United Artists, ja, weil die haben das Heft dann selber in die Hand genommen und ich glaube ganz stark daran, dass Artisten sich verbinden werden zu United Artists und ihren eigenen Spotify-Service aufbauen müssen, der dann auch transparent ist und aus dem heraus man auch sieht, was eigentlich dem Künstler zustellt. Das ist doch eine absolute Verrücktheit, dass auch relativ große Künstler die Millionen von Streams haben, ich glaube du kriegst pro Stream, ich glaube erstens mal ist es total intransparent, die Abrechnerei, und du kriegst glaube ich 0,0001 Cent pro Stream, das heisst mit 5 Millionen Streams hast du irgendwie 20 Euro verdient, nicht, das ist doch einfach unglaublich und die Lüge, nicht, es sei kompliziert und man könne das noch nicht machen und so weiter, das ist ein totaler Blödsinn, noch nie war es möglich, die Abrechnungen so klar und sauber zu machen, wie über die Algorithmen, die die haben, man sieht ganz genau, welcher Künstler hat wie viele Streams, man kann die Kostenrechnung aufmachen und es wäre für alle ein herrliches System, wenn nicht diese oberreaktionäre Industrie noch einmal versuchen würde, wie in den Anfängen der Vinylplatte, die Künstler einfach grässlich über den Tisch zu ziehen, nicht, die Beatles haben unterschrieben, das waren sogenannte Künstlerverträge, die gingen ins Studio, haben die Dinge aufgenommen, die ganzen Aufnahmen gehörten dem, der sie bezahlt hat, weil sie konnten sie ja nicht bezahlen und sie haben dann irgendwie zwei Prozent bekommen von den Dingen, die Rolling Stones, die waren ja eigentlich eine der weltberühmten Bands, die waren eigentlich pleite, obwohl sie Millionen von Platten verkauft haben, aus den Gründen, weil sie von den Plattenfirmen über den Tisch gezogen wurden und jetzt wird das mit System noch einmal wiederholt und das finde ich einfach so ungesund und eine solche Sauerei, dass das wird auch backfeiern auf diese Firmen. Wenn ich mit den Leuten rede, ich kenne ja die Unternehmer da drin, die sagen, ja Dieter an sich hast du recht, aber weißt du, wir sind noch in den Anfängen, das ist doch alles Blödsinn, es kann ganz sauber und klar abgerechnet werden. Dankeschön. Wunderbar, was für ein Redner. Ich glaube, man sieht aber, Björn jetzt hier, wie sinnvoll das ist mit der Word-Veranstaltung hier bei der Berlin Music Week, weil diese drei Perspektiven alleine zusammengebracht zeigen, wie viel Sprengstoff da auch ist und wie vor allem, wie viel zu reden ist auch. Aber ich denke, dass sich alle drei, beziehungsweise die vierte politische Perspektive kommt ja jetzt gleich noch, mal zusammentun müssen und auch wirklich reden, weil ich glaube, selbst abschließend zu dir, vielleicht kann man ja sogar was entwickeln, was dem auch zugute kommt, letztendlich technologisch. Ja, ich glaube, jetzt kommen wir gar nicht auf eine technologische Frage, also transparente Abrechnung, technisch geht die natürlich und die, letztendlich kommen wir dann in den Punkt Wert, also wir müssen erreichen, dass Kunst, dass Kreation Wert hat und dieser Wert auch bezahlt wird. Und das ist für uns zum Beispiel ein Punkt und zu sagen, also wir haben ein paar tausend Leute, die schreiben sensationelle Artikel und dass wir dann auch ein paar hunderttausend Leute finden oder ein paar Millionen Leute finden, die dafür auch wieder bezahlen, wie das früher der Fall war und auch Preise bezahlen, die entsprechend sind. und das ist eine Aufgabe, die liegt, glaube ich, vor uns allen noch. Auch da, Silberstreif am Horizont, es tun immer mehr Leute. Es wird auch wieder leichter, für Dinge zu bezahlen, als es das früher war. Wenigstens ein Silberstreif, das ist ja schon mal in Ordnung. Vielen, vielen Dank. Noch ein kleines Wort, ja, nur ein ganz kleines. Es ist ja, was du sagst, völlig richtig, eigentlich, die Leute wollen ja eigentlich für dein Content auch was bezahlen und die Jungen, die da ein bisschen rumeiern und dass es sich da irgendwie gratis holen, das wird es immer geben, aber wenn du dir für, ich weiß nicht, glaube ich, sechs Euro den World Music Content streamen kannst, dann wirst du das doch machen, auch im Hinblick darauf, dass ja, wenn du das nicht machst, das ist ja wie, wie wenn du alles abholst auf einer Insel, am Schluss ist da noch ein Fels und es wächst nichts mehr. Das ist doch totaler Blödsinn. Auch beim Journalismus ist das so. Wieso soll das gratis sein? Das ist doch völlig unmöglich. Das sind doch Leute, die hochqualifiziert ihre Artikel schreiben und es ist ein reines Vergnügen, eine solche Zeitung zu lesen. Mein Vater hat immer gesagt, was man da für zwei Euro kaufen kann, wenn man eine Frankfurter Allgemeine kauft, das ist doch unglaublich. Und wenn man dann das nicht mehr bezahlen will, dann finde ich, ist das das Ende. In der Musikindustrie ist es ja so, es wird bezahlt, nur der Urheber kriegt nichts dafür. So, das ist jetzt dann den Silberstreif, bleiben wir trotzdem im Silberstreif, um es doch irgendwie wieder, ich wollte mit dem Silberstreif rausgehen. So, so war das jetzt. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, dass ihr hier seid und mit uns gesprochen habt. Und jetzt kommt noch jemand zu uns auf die Bühne, hier hinten steht schon, Tim Renner, Kulturstaatssekretär. Und ich hoffe, Tim Renner, du bist schon da. Ich sehe nämlich, du bist schon da, prima. Dann gibt es jetzt vielleicht auch einen Applaus, sobald du auf diese Bühne trittst. Warte. Ah. Ach, ihr könnt auch sitzen bleiben, aber ihr könnt auch runtergehen. Es sind natürlich die besten Plätze, wenn ihr sitzen bleibt, aber geht doch runter. Prima. Hallo. Haben wir alles gut organisiert. Von vorne sehen, ja okay, dann gehe ich auch runter, dann hast du die Bühne ganz alleine. Willst du noch ein Wasser? Es gibt, ich habe das noch nicht. Schau mal. Dankeschön. Bitteschön. Das könnte sinnvoll sein. Ja, dann viel Spaß, Tim Renner. Jo, Dankeschön. So, das wird jetzt für mich erstmal schwierig, den Übergang da zu finden, weil ich habe hier so eine dufte vorbereitete Rede mit unseren kulturpolitischen Positionen, die natürlich nicht so ganz nahtlos in das reinpasst, was Sie, was Ihr gerade gehört habt. Aber vielleicht mal erstmal so anfangen. Der Staat hat eine Verantwortung im Umbruch. Und ich kann jetzt hier nur für ein Bundesland reden, für Berlin, weil für die arbeite ich. Ich kann nicht reden für die Bundesrepublik Deutschland. Aber dennoch kann man sich natürlich als Politiker und als Bürger feststellen, natürlich hat Politik eine Verantwortung. Politik kann aber eine Sache nicht regeln. Das ist das Verhältnis zwischen unterschiedlichen Marktteilnehmern. Und da hat natürlich Dieter hier völlig recht. Es kann nicht die Aufgabe der Politik sein, das Interplay zwischen Musikern und Plattenfirmen zu regulieren. Das müsst ihr schon selbst hinkriegen. Oder um mit Dieters Worten zu sprechen und sie etwas zu entlehnen, wer sich verarschen lassen will, ist halt selbst schuld. Denn die Regeln haben sich geändert. Da ist natürlich ein Umbruch durch einen digitalisierten Markt. Und wir haben das als Politik gar nicht zu werten. Wir haben das erstmal wahrzunehmen. Und dieser Umbruch bedeutet, dass auf der einen Seite Entstehungskosten und Distributionskosten maßgeblich gesunken sind und auf der anderen Seite aber nach wie vor Verträge abgeschlossen werden in der Verteilung der Prozente zwischen den Firmen, die sich Plattenfirmen nennen, und den Künstlern, die sich das nicht verändern. Es ist relativ unlogisch mathematisch gesehen, dass auf der einen Seite die Kosten sinken, auf der anderen Seite die Beteiligung aber nicht steigt. Und da kann man aber als Politik nicht eingreifen. Das ist im Endeffekt die Beurteilung eines jeden Künstlers. Lässt er sich auf so ein System ein? Oder denkt er so, wie Dieter hier jetzt gerade angesprochen hat, United Artists, müsst ihr euch selbst was machen? Oder denkt er dahingehend, er sagt irgendwie, nee, wieso soll ich denn auf eine neue Kommunikation und Distributionsform die alten Regeln akzeptieren? Wieso organisiere ich das nicht komplett anders? Wieso suche ich mir nicht Dienstleister, die mir zuarbeiten und bleibe komplett selbstständig? Aber wie gesagt, nochmal ganz deutlich, da kann man nicht auf Politik setzen, das ist nicht die politische Aufgabe. Die politische Aufgabe kann lediglich dafür da sein, dass der Marktplatz funktioniert. Und das war beim Digitalen schon schwer genug. Beim Digitalen hat man es ewig nicht hinbekommen, bei diesem Wandel, dass der Marktplatz im Sinne eines Marktplatzes funktioniert ohne Diebstahl. Das kriegt man bis heute nicht ganz sauber hin. Aber der erste entscheidende Schritt ist ja schon mal da. Der erste entscheidende Schritt, damit überhaupt der Markt funktionieren kann, ist, dass das legale Angebot mindestens so gut ist wie das illegale Angebot. Das hat irre lange gedauert, im Sinne vom Internet ist natürlich, wenn man da sagt, irgendwie ein Internetjahr gleich sieben Jahre, hat das mehr als ein Jahrhundert gedauert, bis man es mal hingekriegt hat, die Angebote halbwegs identisch zu haben, zwischen dem illegalen und dem legalen Angebot. Aber auch da, meine lieben Damen und Herren, kann es nicht die Aufgabe des Staates sein, dieses Angebot zu schaffen. Das ist eine industrielle Aufgabe. Das ist eine Aufgabe der Musikwirtschaft. Und jeder Einzelne, der Musik macht, ist Bestandteil dieser Musikwirtschaft. Das hinzukriegen. Jetzt haben wir es. Dennoch wird es natürlich immer noch weiter Betrug geben, wird es immer noch geben, dass sich Dritte auf Kosten von Kreativen bereichern. Und da kann ein Bundesland wie Berlin leider gar nichts machen, aber da kann natürlich eine Bundesregierung theoretisch was machen. Es gibt auch sowas, das nennt sich Kreativpakt. Das ist eine Sache, die die Sozialdemokratie ausgearbeitet hat, zusammen mit vielen Kreativen. Und da ist zum Beispiel ein Ansatz drin. Da steht zum Beispiel klipp und klar drin, dass es nicht sein darf, dass sich Dritte bereichern an euren Ideen. Dass Dritte damit Geld verdienen, ohne euch zu beteiligen. Da kann ein Staat einschreiten. Ein Staat kann Kreditkartenunternehmen auf die Finger hauen, die dann Gelder weitergeben, die über Werbetreibenden kommen, die dann auf solchen Plattformen stattfinden. oder die Softwarebezahlung weiterleiten, damit Optimierungssoftware für illegale Plattformen stattfinden. Man kann da eingreifen. Man kann Geldströme austrocknen. Und das, glaube ich, ist unter anderem die wirksamste Methode, gegen Piraterie vorzugehen. Ich freue mich aber, dass nach all den Jahren, die ich ja in einer anderen Position erlebt habe, hier zumindest in der Diskussion Piraterie gar nicht der Schwerpunkt war. Sondern dass wirklich der Schwerpunkt war, wie kann man zu mehr Fairness untereinander kommen. Und mehr Fairness ist natürlich auch eine Geschichte, die uns in der Politik von Berlin beschäftigt. Wir haben hier aber eine bisschen andere Situationen, als eine, die rein von Digitalisierung getrieben wäre, aber die lustigerweise ein paar Parallelen hat. Berlin war 2002 völlig am Arsch. Was wir hier hatten, war, dass eine Regierung zuvor ein riesiges Problem mit ihrer Landesbank hatte und Milliarden Schulden aufgehäuft wurden und Berlin in eine echte Notlage gebracht haben. Berlin hat durch seinen regierenden Bürgermeister, Klaus Wobereit, auf ein Pferd gesetzt. Und das heißt Kultur. Und diese Kultur hat unabhängig auch von der Unterstützung durch den Staat diese Stadt maßgeblich nach vorne gebracht. Denn historisch bedingt war hier Leerstand, waren hier Brachen, waren hier Freiflächen, war eine Stadt, die auch von dem Flächenpreis her einfach nichts zu bieten hatte, da war nichts mehr zu holen. Die Künstler sind nach Berlin gekommen. Erst aus Deutschland, dann aus aller Welt. Haben diese Brachen, diese Flächen besetzt. Haben da Proberäume gemacht. Haben da Ateliers gemacht. Haben Galerien gegründet. Haben Clubs gegründet. Und haben somit angefangen, dass Bezirke, wo vorher kein Mensch leben wollte, attraktiv wurden. Dass wir arm, aber sexy wurden. Das Sexy kam von euch. Kommt von Künstlern. Und genauso wie im Digitalen kann es nicht angehen, dass Künstler einen kreativen Mehrwert schaffen, indem sie eine Stadt bespielen, aber nach den Künstlern, nach den Clubs, nach den Galerien, dann die Immobilienbesitzer kommen, die Immobilienentwickler kommen und die Immobilienentwickler einen wirtschaftlichen Mehrwert generieren und die Künstler vertreiben. Es kann nicht angehen, dass wir das zulassen. Wir müssen als Stadt dagegen denken. Und das ist verdammt schwer. Das lässt sich nicht so ohne weiteres machen. Denn das, was in Berlin passiert, ist ja eigentlich Anzeichen einer Gesundung. Es ist völlig krank, dass eine Weltmetropole wie Berlin von den Preisen her überhaupt nicht vergleichbar ist mit anderen Weltmetropolen. So angenehm das für uns im Sinne von Kreativität und von Ausleben ist. Und wir müssen diesen merkwürdigen Spagat schaffen, diese Gesundung, die die Stadt nimmt, durch Kunst und Kultur mitzunehmen und gleichzeitig diejenigen, die uns eigentlich die Gesundung gebracht haben, nicht zu bestrafen. Eine genauso absurde Geschichte, wie ihr sie im Internet findet. Wodurch hat denn das Internet geboomt? Durch Inhalte und vor allen Dingen durch Musik. Hat es eine wahnsinnig schnelle Verbreitung gefunden. Und wer hat davon den Prophet gezogen? Die Künstler? Sind die Künstler heute in der Lage, es richtig für sich zu nutzen? Darin muss man sie unterstützen. Wenn man es nur irgendwie kann, man muss versuchen, sich, wo man es als Politik kann, sichernd vor sie zu stellen. Zurück zu Berlin. Genauso in Berlin. Aber wir haben dabei nur ganz geringe Möglichkeiten. Eine Sache, die wir natürlich machen können, hier ist mal zum Verständnis. Ich spreche als Kulturstaatssekretär. Die ganze Musik liegt bei meinem Kollegen Björn Böning. Das ist der Chef der Senatskanzlei aus gutem Grund. Denn ich habe immer noch eine Beteiligung an der Firma Motor und möchte da gar nicht den Interessenkonflikt auch haben. Und Björn hat da eine hervorragende Arbeit unter anderem mit dem Aufbau des Musicboards gemacht, die für uns wichtig ist, auch linear fortzusetzen. Auch wenn ich nicht an Motor beteiligt wäre. Aber natürlich sprechen wir uns ab. Natürlich arbeiten wir in enger Kooperation. und die haben genau dasselbe Problem. Also wir versuchen es zu lösen, indem wir einerseits so etwas aufgebaut haben wie ein Atelierprogramm. Also erst mal gucken, durch einen Atelierbeauftragten, Florian Schmidt, wo geraten Künstler in Notstand, weil ihre Räume wegfallen, weil ihnen gekündigt wird, weil Mieterhöhungen anstehen, die nicht bezahlbar sind. Wie können wir moderieren zwischen den Vermietern, zwischen den Eigentümern und den Künstlern? Wie können wir neue Plätze aufbauen? Berlin hat alleine in den letzten, die ersten 100 Tagen meiner Amtszeit fast 50 Ateliers aufgebaut. Neue Ateliers, die eben halt in zentralen Lagen sind, damit die Künstler nicht an den Rand gedrängt werden. Ein Bild, was ihr vielleicht kennt, wenn ihr nach New York fahrt, ist früher war es mal spannend, durch Manhattan durchzumarschieren. Mittlerweile Lower East Side, muss man noch gar nicht mehr hingehen. Es ist auch schon relativ langweilig geworden, weil alles von dieser Insel runtergedrängt wurde, was alles, was kreativ ist, alles, was jeder, der eine Idee transportiert, sich normalerweise gar nicht mehr leisten kann und in die Peripherie gedrückt wird. Brooklyn ist mittlerweile auch schon fast nicht mehr bezahlbar. Also das ist ein Prozess, der ist sehr, sehr schwierig für eine Stadt. Ihr könnt ihn auch, wenn ihr nicht so weit reisen wollt, auch in London gerne nachvollziehen, wo auch East London langsam nicht mehr finanzierbar ist. Es ist dennoch schwer, dagegen zu halten. Was Berlin natürlich hat, Berlin hat relativ viele Liegenschaften und wir sind in einem ständigen Kampf, als Kultursenat, einen natürlichen Kampf mit dem Finanzsenat. Der Finanzsenat, dem gehören die Liegenschaften und die Aufgabe des Finanzsenats ist, Schulden zu reduzieren. Denn natürlich einer der größten Etatposten, ich glaube sogar der singulär größte Etatposten einer Stadt wie Berlin ist der Schuldendienst. Das ist einfach das Bedienen von Krediten, das Zahlen von Zinsen. Und eine Aufgabe eines Finanzsenats, das besteht natürlich darin, diesen Schuldenlasten möglichst zu senken, um auch die Zinsen abzusenken. Dazu verkaufen die gerne Liegenschaften. Verkaufen die gerne Gebäude, Grundstücke, die wir mitten in der Stadt haben. Und da sind wir natürlich im Gespräch und versuchen, wo es irgend geht, reinzugrätschen und eben halt dazu sichern, dass eben halt Liegenschaften auch wirklich, dann, wenn sie verkauft werden, unter kulturellen Nutzungsauflagen verkauft werden. Wer Berlin Clubs betreibt, kennt das Problem auch nochmal aus einer anderen Perspektive. Da haben wir natürlich ganz häufig das Problem, Clubs bauen sich auf, wie die Rummelsburg, da ist am Anfang gar nichts. Und dann kommt diese lauschige Gegend mehr und mehr Wohnbebauung und die anrückende Wohnbebauung stellt dann fest, dass ein Club laut ist. Ja, das ist ziemlich überraschend, aber leider rechtlich ist der Überraschte, der neben einem Club gebaut hat, eben Recht nach Bundesrecht und hat dann den Anspruch darauf und kann ihn geltend machen, dass eben halt dieser Club eigentlich geschlossen wird, weil ihm das nicht zumutbar ist. Da reicht einer, der klagt. Da gibt es in Berlin das traurige Beispiel des Praters. Und da können wir als Stadt dann nur versuchen zu intervenieren, zu moderieren und eben halt Lärmschutzmaßnahmen mit zu finanzieren. Das tun wir auch, auch wenn das eben halt für ein Konsolidierungsland wie Berlin nicht ganz so einfach ist. Eine Bundesratsinitiative ist dabei tatsächlich eine Möglichkeit, aber nicht gerade eine, die einen schnellen Erfolg versprechen wird, nämlich zumal das Problem, was Berlin da als Stadtstaat hat, das verstehen nur ein ganz paar andere Stadtstaaten, wobei eben mal der dritte Stadtstaat, dem mir einfällt, Bremen, bei allem Respekt Bremen, gegenüber mir nicht als Clubbing-Hochburg Deutschlands bekannt und so richtig auffällig geworden ist. Meistens haben wir es leider mit Flächenstaaten zu tun, weshalb solche Initiativen im Bundesrat es schwer haben. Wichtig dabei ist aber auch, dass wir eine Sache überwinden in der ganzen Bewertung dessen und das ist so eine komische deutsche Eigenart. Der Deutsche trennt zwischen E und U. Also der Deutsche und wirklich in der Tat nur der Deutsche trennt in seiner Wertung zwischen ernster Kultur und Unterhaltungskultur. Oder noch schöner formuliert, er kennt sogar das Wort Hochkultur. Also meine Damen und Herren, die meisten von Ihnen, die meisten von euch arbeiten eindeutig in der Niedrigkultur. Glückwunsch dazu. Und das ist natürlich schon mal per Definition eine unglaubliche Stolperfalle in jedem politischen Diskurs. Das, was Sie machen, was Ihr macht, ist also irgendwas, was irgendwie ganz dufte ist und wo irgendjemand wahnsinnig viel Spaß hat, was aber eigentlich kulturell nicht wertvoll ist. Und das, was die Kollegen von E-Kultur machen, ist etwas, was wahnsinnig wertvoll ist, aber auf keinen Fall Spaß macht. Also am Ende des Tages völliges Eigentor, beide Seiten werden diskriminiert und wirklich ein völlig verquerer deutscher Gedanke. Ja, andere Länder kennen eine Trennung zwischen beiden Formen, allerdings nur bei Verwertungsgesellschaften. Also nur dort, wo man sagt, ja, da gibt es Kulturarten, die haben es einfach schwerer in der Aufführung, die haben es schwerer in der Verbreitung und dementsprechend müssen wir die auch höher dotieren in dem Moment, wo sie aufgeführt und verbreitet werden, denn sonst sind sie bedroht. Das finde ich okay. Aber ich finde es nicht okay, hier eine Gewichtung reinzugeben. Ich finde es völlig aberwissig, dass wir hier wirklich noch stehen, im 21. Jahrhundert und da einer Definition folgen, die aus dem letzten Jahrhundert kommt und die sowas von überholt ist. Das, was ihr hier macht, das, was sie machen, ist Kultur, ist wichtige Kultur für die Gesellschaft, ist wichtige Kultur für diese Stadt. Und dort, wo Proberäume bedroht sind, dort, wo Clubs bedroht sind, dort, wo Rock, Pop, Live-Spielstätten bedroht sind, ist die Kultur der Stadt bedroht. Und das muss verstanden werden, nicht nur übrigens in einer eh schon relativ popkulturellen Stadt wie Berlin, sondern das in der Tat, Hallo Bundesratsinitiative, muss bundesweit verstanden werden. Wir haben bei uns versucht, das E und U einfach umzudrehen. Wir haben es einfach dann gesagt, und wie viel Förderkultur sind wir zuständig für E und U, und zwar für Excellence und Underground. Und sagen da, als Kulturverwaltung, hey, Underground ist all das, was Leute wie mich angreift. Und auch einige andere, Hallo Taucher und Co., die ich hier vorne in der ersten Reihe sehe, die natürlich längst, auch wenn sie einen Background haben, aus New Wave, Alternative, Independent Punk-Bewegung, längst Establishment sind. Die Aufgabe von Underground besteht darin, irgendetwas zu machen, was wir nicht verstehen. Die Aufgabe von Underground besteht darin, uns im Zweifel gegen das Bein zu pinkeln. Und der Underground hat es eh schon ziemlich schwer, weil viele von uns haben schon auf irgendwelche Bühnen gepinkelt, um zu provozieren. Wenn er es dann auch nochmal macht, sagen wir, ja, haben wir schon mal gesehen, danke auch, wisch es bitte selbst weg. Da muss der Staat dennoch in der Lage sein, das ist das Absurde, diesen Underground, diese kleine Revolution, die es immer wieder braucht, um Kultur zu erneuern, zu ermöglichen. Und das ist tatsächlich Schizoid. Ein Staat muss eigentlich eine Revolution gegen sich lehren. Da widerspricht sich was. Oder es ist ein bisschen so, als wenn die Älteren unter uns mal pubertierende Kinder hat und denen sagt, nun wend dich doch mal endlich gegen mich und finde mich scheiße. Das ist dein Job in der Pubertät. Das funktioniert nicht so richtig. Man kann denen nur Flächen geben. Man kann nur versuchen, eben halt den Underground einfach gestalten zu lassen und dafür zu sorgen. Da sind wir übrigens wieder bei Orten unter anderem, aber da sind wir auch bei Förderprogrammen, die wenig zu tun haben mit irgendeiner staatlichen Einmischung, bitte. Weil wir werden immer zielrichtet, das rauspicken, was eigentlich überholt ist. hinzukriegen, dass sich einfach Kultur gestalten kann im Underground. Und dann eben halt, eigentlich unsere Aufgabe eben halt, von diesem Underground in die Exzellenz zu überführen und dabei die Künstler, die Kompanien, die kulturell Agierenden zu begleiten, zu beraten, zu stützen. Dies möglichst ohne die üblichen staatlichen Maßnahmen. Kultur kommt, wenn nicht, gefördert durch die Initiative Musik des Bundes, die es zum Glück gibt oder gefördert, wie gesagt, in Berlin sind wir weiter durch das Music Board mit seinen Mitteln. Normalerweise die Popkultur überhaupt nicht in den Genuss von irgendwelchen staatlichen Förderungen. Wenn man sich anguckt, wie man staatliche Förderungen abzurechnen hat, weil es Steuergelder sind, dann kann ich euch nur sagen, zum Glück kommt ja nicht in den Genuss von staatlichen Förderungen. Denn mit denen wird man ganz schnell hingedrückt, nicht mehr kreativ zu sein, aber vielleicht ein dufter Buchhalter zu werden. Da geht es dann wirklich nur noch um Präzision, um Zahlenabrechnung, um Genauigkeit der Quittung. Dementsprechend müssen wir natürlich auch unsere Fördersysteme überdenken, überlegen. Wir gucken mehr und mehr dahin, dass wir eben halt versuchen, einen Fokus zu kriegen auf Stipendien. Dass wir den Fokus zu kriegen, gerade in diesem Bereich Underground, gerade in diesem Bereich Neukunst, Preise zu vergeben, weil der große Vorteil an einem Stipendium, der große Vorteil an einem Preis ist, ich muss sie nicht abrechnen. Ich muss nicht dem Steuerzahler dokumentieren, wie genau habe ich jeden einzelnen Cent ausgegeben, habe ich auch wirklich alles ausgeschrieben, was ich irgendwie von irgendjemand haben wollte, mir drei unterschiedliche Angebote eingeholt und und und. Da müssen wir irgendwie anfangen, neu zu denken und eben halt unkonventionelle Querwege zu nehmen. Die Kollegen übrigens in Österreich, die ziemlich früh eine sehr clevere, kreativ-wirtschaftliche Politik angefangen haben, haben da schon im Sinne von Wettbewerben untereinander ziemlich gut was vorgelegt, wo wir uns einiges abgucken können und auch teilweise schon abgeguckt haben. Wichtig wird aber auch für euch, wichtig wird auch für sie, dass ihr nicht eng in euren Spaten denkt. Auch da sind wir, das ist längst in der Kulturverwaltung angekommen und natürlich beim Music Board erst recht. Wir sind längst so weit, dass wir eben halt auch wissen, dass ein Musiker nicht nur ein Musiker ist. Das Internet zwingt euch einerseits dazu, umfänglich zu denken, also auch in der Lage zu sein, euch mit Wort und Bild und Bewegtbild darzustellen, obwohl ihr doch eigentlich nur Musiker seid. Es ist einfach aber auch so, dass es euch ermöglicht, da haben wir auch eine Demokratisierung der Produktionsmittel, quer zu denken. Und wir müssen natürlich in unseren Spaten auch anfangen, quer zu denken. Das ist ein ziemlich heftiger Umbau, den wir da auch versuchen, in der Kulturverwaltung hinzubekommen. Das ist so einfach nicht. Noch haben wir längst Gruppen, da ist gerade traurigerweise eine zum Beispiel durch alle Förderraster gefallen, weil sie nicht klar genug im Tanz zu verordnen war, aber auch nicht klar genug als Musikgruppe zu verordnen war, nicht klar genug in Klassik zu verordnen war oder nicht klar genug in Pop zu verordnen war. Aber gerade um diese Grenzgänger wird es in Zukunft gehen. Es wird in Zukunft weniger und weniger darum gehen, dass ich irgendwo klar aufgestellt bin, sondern dass ich einfach alles mit bedienen kann. Worum es auch geht zukünftig und was wir uns auch auf die Fahnen geschrieben haben, ist einfach das Thema Transparenz. Das wird zu Recht gefordert von jemandem wie Dieter Mayer, wenn es um so etwas wie Spotify geht. Wobei dazu vielleicht noch eine kleine Anmerkung, Spotify an sich ist ziemlich transparent. 70 Prozent aller Umsätze, die Spotify erzielt, werden direkt ausgeschüttet. Bisschen intransparent ist, dass sie die Rechte von Musikern teilweise nur bekommen haben von den Plattenfirmen, indem die Plattenfirmen an Spotify beteiligt wurden. Also da ist eher der Moment der Intransparenz ein bisschen gegeben. Aber eben halt wir als Verwaltung können das auch wieder nur zur Kenntnis nehmen, da gar nicht regulieren und können nur selbst Vorbildseiten nehmen, versuchen möglichst transparent zu sein. Wir haben gerade nicht nur unseren Internetauftritt geändert und werden ihn jetzt demnächst launchen, so dass man wirklich auch jede Förderung digital anreichen kann und dass man im nächsten Schritt hoffentlich auch sieht, wo hängt sie gerade, wer ist in der Jury drin, der entscheidet, wie sind die Wege, dass man da wirklich keine Geheimnisse mehr hat. Ich glaube, die Zeit für Geheimnisse der Politik ist bitte vorbei, aber auch in der Wirtschaft, glaube ich, ist es wichtig, dass man eben halt einfach mit offenen Karten spielt. Und dass wir so ein New Deal des Vertrauens zueinander bekommen. Vertrauen wieder zur Politik und zu den Verwaltungen, die übrigens weit, weit besser sind, als man sich das von draußen vorstellt. Ich dachte ja, als ich von der Wirtschaft in die Politik gewechselt bin, das wird ein ganz, ganz schwieriger Ritt verwaltungsseitig, weil da sitzen lauter Beamte, an denen, deren Händen Spinnenweben wachsen und die auf alles Bock haben, aber nicht auf mich. Fast sitzen hoch engagierte Menschen, die Totalgas geben, wenn man ihnen Gestaltungsrahmen gibt und sehr, sehr gute Konzepte haben und auch modern denken, aber eben halt, die viel zu wenig in die Kommunikation gegangen sind, die viel zu intransparent durch die Systeme waren, weshalb dieses Misstrauen gegenüber Verwaltung, dieses Misstrauen gegenüber Politik entsteht, aber auch Plattenfirmen, auch Wirtschaft kann natürlich mit viel, viel mehr Transparenz hinkriegen, dass eben das, was hier formuliert wurde, wenn als Misstrauen wegfällt, wieso nicht einfach die Systeme öffnen und auch Künstler jederzeit reinschauen lassen, was da wirklich bei mir passiert, im Zweifel ruft das Fragen auf, aber die kann ich dann beantworten als System und das Vertrauen, was kommt, ist glaube ich viel, viel wichtiger. Ich glaube, das ist auch ein Learning, was wir alle aus dem Digitalen haben müssen, die Zeiten der Intransparenz sind vorbei, wer intransparent ist, schürt berechtigtes Misstrauen gegen sich. Das gilt für Privatwirtschaft, das gilt aber genauso für die Politik. Ein weiterer vierter Punkt für uns in der Politik, den wir als Spielentscheidend definiert haben, ist einfach der Mehrwert, den Berlin hat. Und jetzt liebe Hamburger, Münchner oder wo immer ihr hergekommen sein mögt, wenn ihr hier heute gerade zugereist seid zur BMW, müsst ihr tapfer sein, denn in dem Punkt werdet ihr nie mit uns mithalten können. Berlin ist seit eh und je die Stadt der Freiheit, das war sie schon als Ost-Berlin, denn wem DDR zu piefig, zu miefig, zu reguliert war, Weimar, Erfurt und Co., der hatte gar keine andere Chance, als in das einzige etwas freiere, weil Schaufenster seiende Ost-Berlin zu gehen. Und doch genauso im Westen, wer entfliehen wollte von Zwängen wie Bundeswehr und Co., wer eine Mietpreisbindung genießen wollte, die West-Berlin hatte, der musste nach Berlin gehen. Insofern war Berlin schon immer der Sammelbecken der Kinder, die anders sind als andere Kinder, derjenigen, die querdenken, derjenigen, die sich nicht unbedingt normieren lassen. Und das genau ist unser Kapital. Unser Kapital ist Vielfalt, unser Kapital ist Anderssein, unser Kapital ist eine deutliche Herkunftsdurchmischung, religiöse Durchmischung, Durchmischung der sexuellen Präferenzen, name it, alles ist möglich. Und das unterscheidet uns in unserer Buntheit, in unserer Vielfalt deutlich von anderen deutschen Metropolen. Wir werden immer wohl die internationalste Metropole bleiben und wir haben sogar einen Vorteil gegenüber Metropolen, mit denen wir Konkurrenz stehen, wie London, Paris und Co. Deren Vielfalt ist ganz häufig dem Kolonialismus geschuldet. Und das ist eine erzwungene Vielfalt, die anders ist als eine freiwillige Vielfalt, die wir hier in Berlin nutzen können. Das müssen wir natürlich auch bedenken in dem Moment, wo wir Kultur fördern, wo die Kultur der Stadt weiterentwickeln. Das müssen wir auch bedenken, bezogen auf die Art, wie wir auftreten. Das bedeutet zum Beispiel für Berlin das Ziel einer bedingungslosen Zweisprachigkeit, eben halt alle Sachen, die wir machen, alle Förderanträge, die wir haben, alle Webauftritte, die wir machen, auch zwangsläufig in Englisch zu bringen, sodass jeder, der von draußen kommt, ziemlich schnell mit uns umgehen kann. Das bedeutet auch, darauf zu achten, dass wir in Juries, in der Zusammenstellung von Entscheidern wirklich diese Durchmischung haben. Und das bedeutet auch, dass wir bei den kulturellen Produktionen darauf gucken, dass die möglich quer und breit auch denken und alle möglichen Einflüsse zulassen, was glaube ich generell für Kultur eine große, eine wichtige Chance ist. Last but not least kommen wir dann wieder dahin, wo die Diskussion hier war. Digitalisierung, ja logisch gibt es auch eine Digitalstrategie des Landes Berlin bezogen auf Kulturgüter. Diese Digitalstrategie ist nicht die, die man ganz häufig sieht, also die Länder machen viel falsch, was vorher genauso die privat organisierte Kulturproduktion falsch gemacht hat. Von den Labels her erkannten wir es, es wurde eben halt wahnsinnig viel digitalisiert, haben wir jetzt erstmal und damit hat man gedacht irgendwie damit sind wir der Digitalisierung gerecht geworden. Wir übrigens damals bei Polygram haben noch einen komplett falschen Standard digitalisiert und mussten dann wieder komplett von vorne anfangen. Aber damit, dass man Digitalisate schafft, dass man die Sachen einfach mal vom Analog ins Digitale geholt hat, heißt es noch überhaupt nicht, dass eine digitale Nutzung durch den Konsumenten, durch die Leute, die ihr als Künstler erreichen wollt, überhaupt stattfinden kann. Dieser entscheidende Schritt denken wir jetzt mit. Da haben wir ein bisschen aus der Vergangenheit gelernt. Uns interessiert maßgeblich, wie kommt man an das ran, was da digitalisiert wird. Und wir haben die Angst nicht, die hier formuliert wurde. Wir gehen fest davon aus, wenn wir digitalisieren, was wir in unseren Museen drin haben und man auch per Mausklick durch die laufen kann, man auch in die Archive der Museen gehen kann, Sachen sehen kann, die man sonst nicht sehen würde, wird das nicht weniger Besucher bringen, sondern es wird mehr Besucher bringen. Und wir halten das auch empirisch für erwiesen. Als der Druck sich perfektionierte, der Kunstdruck möglich war, kam eine große Panik auf, das ähnlich wie der Schellack Beispiel, was der Kollege Mayer vorhin gebracht hat, kam eine große Panik auf, gehen die Leute dann überhaupt noch in die Museen, wieso in Louvre gehen, wenn die Mona Lisa jederzeit käuflich für 5 Mark an meiner Wand hängen kann, perfekt gedruckt. Wir wissen alle, wo es geführt hat, es hat zu einem Boom von solchen Museen wie dem Louvre geführt, dass eben halt ihre Key-Kunstwerke in der Form verbreitet werden konnten. Und dasselbe wird sich meiner Meinung nach sollten wir in der Lage sein, all das, was ihr, was sie als Steuerzahler eh schon mitfinanziert haben, auch in dem Moment, wo es uraufgeführt wird, im Stream zugänglich zu machen. Und auch da glaube ich nicht, dass es dazu führen wird, dass eigentlich unsere sehr gut besetzten Häuser, wir haben da normalerweise Auslastungsfoten um die 80%, dass die leerer werden. Ich glaube, es wird von live, das Dabeisein, das Im-Raum-Sein, das Spüren des Atem des Chancespielers, es kann irgendwas schief gehen, die ganze Grundspannung, die da ist, ist natürlich ein totaler Treiber und wer Fußballfan ist, weiß das, wie natürlich sieht man sogar Fußballspiele viel, viel besser am Fernsehen und dennoch wollen sie im Stadion dabei sein. Auch da gehe ich felsenfest davon aus, dass da die Digitalstrategie von Berlin die Sachen eher nicht alles einfach umzusetzen sein, denn auch da scheitern wir natürlich noch an gängigen Leistungsschutz- und Urheberrechten, in dem Moment, wo wir über Aufführungen reden, die wir direkt vermitteln wollen. Das kann man allerdings lösen, kooperativ mit denjenigen, die diese Rechte besitzen und das wird ein Prozess sein, der wahrscheinlich in meiner Amtszeit, die ja spätestens bei einer Neuwahl endet, dann hoffentlich so weit angeschoben ist, dass wir sagen können, unsere Kulturpolitik rollt bereits in diese Richtung. Fazit, wir sind im Umbruch, Berlin ist im Umbruch, Berlin ist im Umbruch dadurch, dass Berlin gesundet und damit ist Berlin eigentlich genau dasselbe wie die Musikindustrie. Die Musikindustrie ist vor, ist fast parallelzeitlich übrigens in Deutschland seit 1999 nach einem extremen Boom einfach abgestunken. Die Musikindustrie hat innerhalb kürzester Zeit 50% ihres Volumens verloren in Deutschland und die Musikindustrie ist auf einem zugegeben schweren Weg der Erholung. Berlin hat nach einem unglaublichen Wiedervereinigungshype total eine Schräglage bekommen Anfang dieses Jahrhunderts und Berlin hat wirklich innerhalb kürzester Zeit den Boden unter den Füßen verloren ist aber auf einem absoluten wenn noch schwierigen Weg der Gesundung. Beide Seiten müssen aufpassen die Musikindustrie und Berlin dass nicht diejenigen unter der Gesundung leiden die überhaupt die Grundlage darstellen. Die Grundlage der Musikindustrie sind diejenigen die Musik machen sind diejenigen die kreativ sind die Grundlage der Stadt Berlin sind diejenigen die 15% mittelbar zum Bruttosozialprodukt beitragen nämlich weil sie Bestandteil der Kultur und Kreativwirtschaft sind oder weil sie Auswirkungen auf Tourismus haben 75% aller Touristen geben als Grund nach Berlin zu kommen Kultur an 400.000 und Beschäftigte sind somit mittelbar durch Kulturproduktion beschäftigt und wir müssen tierisch auffassen dass wir genau in dem Moment der Gesundung diesen Menschen gerecht werden mein simples Bild als jemand der lange in Hamburg gewohnt hat Kultur ist für Berlin das was der Hafen für Hamburg ist aber Hamburg käme nie auf die Idee weil Hamburg boomt und weil Hamburg sich immobilientechnisch weiterentwickeln muss den Hafen zu überbauen um somit neue Fläche zu haben und keine Schiffe mehr reinfahren zu lassen und genauso muss Berlin aufpassen dass die Clubs die Galerien die Spielstädte die Proberäume erhalten bleiben innerstädtisch erhalten bleiben weil das ist der Treibstoff das ist der Motor mit dem wir fahren in dem Sinne Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt verstehen Sie vielleicht auch ein bisschen besser weshalb ich die Seiten gewechselt habe um mit dafür zu sorgen vielen Dank Applaus Vielen Dank.